Hier präsentieren wir die 5 besten Sauna-Öfen-Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unsere Liste unter Nummer 5. Well-Solutions 34A Sauna-Ofen Der Well-Solutions 34A Sauna-Ofen ist ein optisch überzeugender Sauna-Ofen, welcher elektrisch betrieben wird. Ein Elektro-Ofen ist der schnellste und einfachste Weg zum Sauna-Erlebnis und eignet sich daher am besten für eine heimische Sauna. Mit seinem klaren, geraden Linien und der schlichten Verkleidung aus hochwertigem Edelstahl kann der Well-Solutions 34A optisch punkten. Da es sich um rostfreie Materialien handelt, kann verhindert werden, dass viel in die Wartung des Ofens investiert werden muss. Punkt bei Nummer 4. Well-Solutions 34A Sauna-Ofen Der Well-Solutions 34A Sauna-Ofen ist ein optisch überzeugender Sauna-Ofen, welcher elektrisch betrieben wird. Ein Elektro-Ofen ist der schnellste und einfachste Weg zum Sauna-Erlebnis und eignet sich daher am besten für eine heimische Sauna. Das äußere Erscheinungsbild des Wella-Sol bei Havia Plug & Play ist absolut überzeugend. Das Gehäuse aus Edelstahl wirkt schlicht und elegant. Der Rennenmantel aus Alitzink sowie die Rost- und verzunderungsfreie Außenverkleidung sprechen zudem für eine qualitativ hochwertige Verarbeitung. Punkt für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. Well-Solutions Nordex Next Sauna-Paket Der Well-Solutions Nordex Next ein Elektro-Sauna-Ofen ist absolut empfehlenswert als Einsteigermodell. Er überzeugt trotz eines relativ niedrigen Preises durch einfache Bedienung und hohe Funktionalität. Der Lieferumfang inkludiert eine externe elektronische Steuerungseinheit. Diese überzeugt mit LCD-Display sowie Klartextanzeige der Uhrzeit, Temperatur, Vorwahlzeit und Restlaufzeit. Der Elektro-Ofen kann 20 kg Steine fassen, welche im Lieferumfang enthalten sind. Somit kann die Wärme gleichmäßig verteilt werden. Punkt kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Well-Solutions-Bio-Ofen Der Well-Solutions-Scandier-Combinext ist ein Elektro-Sauna-Ofen, der zusätzlich mit einer Verdampfer-Tasche ausgestattet ist. Somit handelt es sich um einen Bio-Kombi-Ofen. Preislich liegt der Ofen eher im oberen Segment. Jedoch können verschiedenen Sauna-Arten imitieren werden. Bei dem Well-Solutions-Scandier-Combinext handelt es sich um einen Bio-Kombi-Ofen. Grundsätzlich eignet sich ein Bio-Sauna-Ofen für alle, die ein sehr schonendes Klima bevorzugen und gerne die Auswahl zwischen verschiedenen Sauna-Arten haben möchten. Und kommen in eins unserer Liste. IOS-Bio-Kombi-Ofen Der IOS-Bio-Mat-W ist ein Elektro-Sauna-Ofen, der zusätzlich mit einer Verdampfer-Tasche ausgestattet ist. Somit handelt es sich um einen Bio-Kombi-Ofen. Preislich liegt der Ofen eher im oberen Segment. Jedoch können verschiedenen Sauna-Arten imitieren werden. Bei dem IOS-Bio-Mat-W handelt es sich um einen Bio-Kombi-Ofen. Grundsätzlich eignet sich ein Bio-Sauna-Ofen für alle, die ein sehr schonendes Klima bevorzugen und gerne die Auswahl zwischen verschiedenen Sauna-Arten haben möchten. Punkt für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.